hey freunde herzlich willkommen bei rc cars & co heute falls ihr den dirtpark noch erkennt sind wir hier immer wieder hier ist alles komplett zugewachsen gestern hat den ganzen tag geschüttelt wie noch was lucas ist auch dabei da hinten steht der horst hier steht der max und ihr seht ihr habt ja schon gelesen der plan ist heute durch diese wunderschönen pfützen zu fahren und zum guten schluss ihr kennt vielleicht den hügel da wenn wir da dann mit vollgas hochfahren können wir in dieser fetten pfütze landen wenn ihr das nicht verpassen wollt bleibt bis zum ende dran ich würde sagen vergnügen uns erst mal hier ein bisschen in dem kleineren und ja keine ahnung also lucas hat eben schon ziemlich geilen sprung hinbekommen dass jetzt natürlich sich wahrscheinlich nicht mehr geht da ist ja von der rampe aus über das loch und genau da drin gelandet ist ja richtig geil aus ich kriege es irgendwie nicht hin ich fliege nicht weit genug moment abschlepper kommt abschlepper oder braucht kein abschlepper geht von selber einer wie sich das immer anhört wenn die durch die pfützen mähen da ist echt heftig ja wir haben ja beide trakt das das heißt knapp okay das auch interessant aus so ich hole mal kurz mein max wieder so jetzt geht es weiter was was wolltest du gerade oder was muss man mal richtig langsam so durch wie bei so einer überquerung passiert halt gar nicht so viel weil das übel ausbremst ja hoffentlich ist es das letzte video für diese also ja für die nächsten paar monate im dreck und in pfützen und in wasser weil ehrlich gesagt macht ja alles schön spaß aber ihr wisst ja was was unser größtes problem dabei ist das putzen es ist schon geil ich glaube wir gehen dann jetzt lieber zu der großen rampe der will einfach nicht weiter rein hobsen hat keine lust mehr mit dem abschlepper könntest du das lassen aha was ist das denn komm mix kann man da drin wie die machen wir haben da in der nähe so einen parkplatz da waren gestern richtig richtig lange putzen da müssen wir mal hin wenn es wieder so intensiv regnet ja gut da würde ich sagen gehen wir jetzt einfach mal nach dahinten und machen da noch die august leer so da fahren wir jetzt zuerst einmal hier noch so durch ich bin da auch schon mit dem ketker drin gelandet musste dann natürlich rausschieben weil ich nicht mal raus gekommen bin mit meinem guten profil irgendetwas klingt bei mir seltsam immer mal wieder egal ja damit damit paddelreifen darf schwebst du wirklich ja eben hat man es bei mir schon gesehen dass man gut drüber geschwommen ist abgestochen oh fuck alter ist die junge ist es so tief scheiße da vorne ist ein bisschen flacher aber da ist wirklich tief ich habe eigentlich gedacht dass die das doch irgendwie auffüllen das ist ordentlicher ist abgestochen ist oder abgestochen scheiße das ist zu tief also drin landen ok aber da durchfahren ihr habt es vielleicht hoffentlich gerade eben gesehen wo ist der host der steckt da im gras ich muss wenn dann wenn dann müssen wir damit vollgas durch weil sonst selbst wirklich drin stecken ich war jetzt noch einmal hier mit vollgas rein ja so sieht es dann auch mit paddelreifen aus so ähnlich scheiße willi raus damit so abtropfen lassen ich guck mal kurz was da so kommen ich klippert bei mir und dann springen wir jetzt gleich hier über den hügel denke ich mal oder ja gut ich würde sagen wir hoffen wir sind bereit lukas steht da oben ich stehe hier unten und der erste sprung wird versucht zu tätigen natürlich nicht funktioniert zu viel gras jetzt kommt der zweite versuch so der fünfte versuch ja wohl komm 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 nein scheiße und jetzt ich fahr mit dem kettkar rein rettungsaktion hauptsache der huss kommt aus dem Wasser ah danke hat er jetzt von silbergas gegeben ich hab jetzt probiert aber ich wollte das schnell fahren jetzt macht er wieder recht hä Junge jetzt stehe ich hier drin und er ausfährt wieder oh man so wollte er nicht also ihr seht an der stelle haben wir eine tiefe von so viel mein pedal ist im wasser malzeit bitte soll ich mal rein ja ja klar und ich komme sogar selber wieder raus jawoll bloß ob ich da jetzt wieder aus und rum komme ist die andere frage ich will heute nicht mehr duschen oh man ja wir fangen jetzt mal an erster versuch vom Luis ich zähle auch versuche mit war ja eh klar ok erster versuch war jetzt nicht ganz so gut so gut zweiter versuch ich habe die location gewechselt weil ich denke das besser ist hinten ist sogar der max ok 6 hours later ok es ist mittlerweile beim sechsten versuch ich weiß es nicht ich glaube es waren 5 oder so keine ahnung so oh so doch das geht doch im trockenen ich habe es ja schon mal gemacht was soll das tun ja mann das ist uns zu anstrengend äh färter Luis jetzt einfach davon den berg runter in die pfütze damit es hoffentlich mal das flasch gibt ja 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 ich mach den gut dann würde ich sagen dann würde ich sagen ich hoffe das Video hat euch gefallen das mit dem Plan das ging halt irgendwie nicht ganz so geil weil da einfach zu viel Gras ist aber alles andere es war eine schöne Wasserfahrt und ich meine eigentlich sind sie jetzt tatsächlich sauberer als vorher weil vorher sind wir hier rum gefahren und da ist halt so festerer Matsch und dann sahen sie schon schlimmer aus also prinzipiell solange dann morgen die Elektronik noch alles funktioniert ähm war es ein Erfolg sag ich mal dann würde ich sagen wir bedanken uns bei euch fürs zuschauen lasst euch gut gehen und bis zum nächsten mal bei RCKS&Co tschau tschau ne tschu mit de mann